Die Schleute wussten nun, dass der schlose One die Triforce des Macht genommen hat. Er hat sich verabschiedet von Sia und gelernt, Lana. Mit der Balance der Triforce so verändert, hatte sie nicht mehr Hoffnung, dass die Welt zurückgekehrt war. Und mit ihr magisch wegzunehmen, in Zeit, Sia würde komplett verabschieden. Sia benutzt was wenig Kraft sie hatte, um die Einheit, die von ihr so viel genommen hat. Sie erzählen Link und die anderen von ihren Findings. Wenn sie die Schadowy-Presence verletzen können, sie nicht nur die Welt aus der Gefahr, sondern auch Sia. Link und seine Anliegen haben die Zukunft der Frieden in ihren Hörten, als sie bereit waren für diese finalen, entscheidende Kampf. Das war's für heute. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist das Wettbewerb, aber ich glaube, es ist ein Wettbewerb. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für mich. Oh Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. 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 Peace returned to Hyrule. Lana and Sia. Lana and Sia bid, and protect the balance of the Triforce.